Sagen Sie Ihren Namen. Margaret O'Brien. Sagen Sie Ihren Namen. Tja, um ehrlich zu sein, jetzt muss ich es sagen. Ich glaube, ich war ein Mann. Lachen ist gut. Mein Nacken fühlt sich viel besser an. Oh, das ist gut. Was ich gerade erlebt habe, war ich das etwa? Was waren Sie teuerste? Dieser Mann in der Rüstung. War ich das? Ja, das war Ihr Wesen. Unser Wesen lebt durch alle Zeiten weiter. Es existiert in vielen Hüllen, durch die Zeiten hinweg. Das ist Ihre jetzige Hülle, in der Sie jetzt existieren. 1950. Eine Frage? Sie erinnern sich vielleicht, während des Traumas, das Sie durchlebt haben, bei unserer Aufarbeitung. Es war von immenser Bedeutung, dass Sie jedes winzige Detail durchleben. Jedes einzelne Detail von dieser Erinnerung mit allen Sinnen, ganz bewusst. Und dass wir sie wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis die Erinnerung Ihre Macht verliert. Das ist wirklich sehr eine Frage. Das ist wirklich sehr eine Frage.